Adventszeit ist ja auch die sogenannte stille Zeit, da hat man sowieso nicht viel zu tun und da kann man auch ein paar sinnvolle Experimente machen. Wenn man jetzt jeden Tag eine Frage vorgesetzt bekommt oder ein Experiment, dann findet man vielleicht auch irgendwas, was einen selbst wirklich interessiert und was einem Spaß macht. Das ist ja auch das, was man dann später in der Forschung braucht. Also alles das, was wir machen, hat mit Naturwissenschaften zu tun. Und deswegen kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, bei FIA mitzumachen und ihr könnt auch eine Menge gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.